Hier ist massiver Schimmelpilzbefall, aufgetreten kurz nach der Übergabe. Es wurde die ganze Decke entfernt, komplett entfernt. Man sieht das hier. Und nach Entfernung der Decke überall massiver Schimmelpilzbefall. Quadratmeterweise Schimmelpilz in allen Räumen. Es ist also sehr gut gewesen, hier die Decke runterzuholen. Jetzt muss das alles abgeschliffen werden.